Um ein Objekt zu duplizieren, klicken Sie es an und drücken STRG und D. Fortlaufendes Duplizieren erzeugt allerdings eine ziemlich unbrauchbare Ziehharmonika. Der Trick beim Duplizieren besteht darin, die Duplikate dort zu erzeugen, wo sie sein sollen. Ein Beispiel. Dieses Rechteck bildet die unterste Stufe einer Treppe, die jetzt gleich entstehen wird. Duplizieren Sie das Rechteck. Verschieben Sie es mit Hilfe der Pfeiltasten an die gewünschte Stelle. Sobald das Objekt an der gewünschten Position ist, geht es weiter mit STRG und D, so lange, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Natürlich funktioniert die Dupliziertechnik auch bei mehreren Objekten. Um eine Folie zu duplizieren, klicken Sie die Minifolie ganz links an und drücken STRG und D. Zum Abschluss noch ein Anwendungsbeispiel. So soll das Ergebnis aussehen. Ausgangspunkt ist dieses Rechteck, dessen Duplikate in einer exakten Linie aneinander kleben sollen. Sobald das erste Duplikat an der richtigen Stelle angedockt hat, geht es mit STRG und D im Eiltempo weiter, bis die gewünschte Anzahl an Rechtecken vorhanden ist. Jetzt folgen die Linien. Die erste Linie ist die einzige, die Sie von Hand zeichnen müssen. Sobald sie erstellt ist, wechseln Sie vom Zeichnen zum Duplizieren. Die Linien sollen nach jedem zweiten Rechteck erscheinen, also positionieren Sie das erste Duplikat an der richtigen Stelle und duplizieren die restlichen Linien wieder mit Hilfe von STRG und D. Die horizontale Linie ganz unten zeichnen Sie von Hand und schon haben Sie die Rohform des Projektplans vor sich.